Gold auf Allzeithoch, Gold bei fast 2.200 Dollar zum Zeitpunkt dieses Videos und selbstverständlich gibt es heute eine riesengroße Premiere und ein Gold-Special, wenn eben genau das passiert, was wir auch erwartet haben, dass die Goldpreise früh 2024 in die Primetime-Phase gehen und eben auf neue Allzeithöchstände steigen. Wohin Gold jetzt steigen wird dieses Jahr und wo wirklich die konkreten Chancen liegen und welche Levels wir erwarten über die nächsten zwei bis drei Monate, das alles erfährt ihr in dem heutigen Special zur heutigen Gold- und Silber-Premiere. Mein Name ist Deutsch, Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnögel und Benjamin am Anfang eine kleine Gratulation, eine große Gratulation an dich und zwar sehr viele haben immer wieder vom Gold-Absturz gesprochen die letzten Wochen und Monate. Ja, und da waren wir bei Invest Invest natürlich einer der wenigen, die sagt haben, Gold wird Richtung Norden marschieren und ja, es hat sich so abgespielt, Gold ist ausgebrochen, Allzeit hoch, alle Investoren freut sich, wie gesagt, alle, die, was in der Geopolitik ein bisschen verankert sind, haben natürlich ihre Befürchtungen, was auf der Welt es heißt. Dazu haben wir am Dienstag ein Video gemacht und bei verlinkt. Aber Benjamin, jetzt schauen wir uns an, was sagt Gold, wie geht es weiter? Allzeit hoch sind raus, schön und gut, aber wie geht es jetzt weiter vor allem? Hannes, genau das ist es. Thema des heutigen großen Specials zur heutigen Gold-Premiere ist natürlich, wie ist der weitere Ausblick? Aber bevor es weitergeht, Hannes, wir haben ja was ganz Spezielles wieder für euch geschaffen, denn Hannes? Und zwar eine Sache muss man sagen, man sollte jetzt verstehen, was derzeit in der Welt passiert und was in diesem Goldmarkt passiert, auch diese Gold- und Silber-Minenaktien, all diese Dinge sind für Investoren große Chancen, die man jetzt unbedingt nutzen sollte. Und deswegen haben wir aus unserem großen Prepare for 24-Modul, wo wir so viele Dinge im Ansprechen, die viel zu umfangreich sind, das Wichtigste herausgenommen, was Gold-Investoren interessiert und zwar unser Modul Gold-Markt-Update für 2024, wo man genau sehen kann, wo die Marken sind, wo man reingehen sollte in Gold, wo man rausgehen sollte, wie es mit Silber, mit Gold-Minen aussieht, aber natürlich auch, was das Ganze im geopolitischen Kontext dann heißt, welche Verwerfungen auf der Welt auf uns zukommen und was man daraus ableiten kann. Und da haben wir ein Produktbündel geschnürt, das Wichtigste rund um Gold und dazu auch, was in der Welt dann passieren wird, um 390 Euro, alles mit dabei, unten am Ball verlinkt. Für alle Goldfans sollte man sich das unbedingt anschaffen und für alle, die sagen, ich möchte die Mitgliedschaft verlängern oder natürlich eine neue gleich mit dazu abschließen, haben wir ein Produktbündel auch unten am Ball um 490 Euro Jahresmitgliedschaft und dieses fantastische Modul, dieses Gold-Auf-Ausbruchsmodul mit dabei, sollte man unbedingt haben. Richtig, genau das, was du sagst. Wir haben dann, wie gesagt, auch drinnen, wo Gold unserer Meinung nach der Stop machen wird. Diese Preise sind viel, viel höher, aber ganz wichtig, Hannes, ich glaube, da sind wir uns einig, der Ausstieg in Gold wird extrem wichtig sein. Man muss auch im Silber und in Gold und in Gold-Minen zum richtigen Zeitpunkt verkaufen und darin liegt eigentlich der Fokus dieser Module. Deswegen haben wir schon ganz weit in die Zukunft vorausgeblickt, aber bis jetzt läuft das 1 zu 1 so ab, wie das eigentlich auch erwartet war, Hannes. Und ja, da können wir, wie gesagt, bis jetzt sehr stolz sein, aber jetzt schauen wir, wie gesagt, ganz genau weiter, wie es jetzt in den Märkten weitergeht. Also, im März 2024, Gold auf Allzeithoch. Warum überhaupt? Weiß Gold vielleicht irgendetwas, das wir nicht wissen. Wir schauen uns da noch Gold-Charts an. Also, ihr wisst es ja, wir machen immer Charts, die man eigentlich so nirgendwo sieht. Wir schauen uns ganz gerne die wichtigsten Charts zum Thema Gold und Silber an, weil die sprechen derzeit eine ganz, ganz klare Sprache und natürlich dann den weiteren Fahrplan in Gold und Silber, was wir jetzt sehen über die nächsten Monate und wo eigentlich die größten Chancen liegen. Also, schauen wir uns aber jetzt mal an, ein Update, wie viele Medienhäuser weltweit schreiben derzeit Artikel über Gold. Und wir sehen, dass eigentlich die Nachfrage nach Gold, also das Interesse in Gold seit dem Ukraine-Russland-Krieg im Jahre 2022, sieht man sehr, sehr gut, dass eigentlich die Artikel danach ja eingeschlafen sind. Es hat niemand mehr über Gold geschrieben, es hat niemanden Gold interessiert, Leute. Obwohl Gold die ganze Zeit nonstop über 2.000 Dollar, die uns dann eigentlich auch gehandelt hat, also unglaublich, was für eine Basis Gold bei 2.000 Dollar gebaut hat. Und anschließend jetzt haben wir einen Rekordhoch erreicht und jetzt schreiben die Medienhäuser weltweit letzte Woche, ja, das Allzeithoch ist erreicht. Aber so echte FOMO oder großes Interesse von Investoren spüren wir zumindest überhaupt nicht, weil da ist der Fokus überhaupt total woanders. Aber genau das ist eben der Grund, was Gold so heiß macht. Und bitte auch unbedingt das Februar-Update nochmal anschauen, hier oben verlinkt, wo eigentlich auch genau das prognostiziert worden ist und auch die Chance nochmal aufs Tableau gelegt worden ist, warum Gold jetzt richtig interessant ist und warum man darauf schauen sollte. Also, die wichtigsten Faktoren für den Goldpreis jetzt, denn die nächste Inflationswelle hat bereits begonnen. Warum wir das mit so einer großen Sicherheit sagen können, zeigen wir euch dann später in den Graphen, die das Ganze belegen. Aber wenn man tief in den Markt hineinschaut, also eben tief in den Markt, wo es eigentlich die Mainstream-Presse nicht tut, aber wir schon, dann sieht man eindeutig, eindeutig, dass die nächste Inflationswelle absolut bereits begonnen hat. Und Jerome Powell, also der Notenbankpräsident der amerikanischen Zentralbank, der sagt und behauptet, dass die Bankenkrise im US-Gewerbeimmobilienmarkt, dass man das total im Griff hat. Er wurde bei einem Hearing ganz klar darauf angesprochen, was er dazu denkt und er sagt, es seien nur die kleinen bis die mittleren Banken, die sind betroffen, die großen sowieso nicht und wir stehen ganz klar im regen Austausch mit ihnen, damit nichts mehr passiert. In unserer Sprache bedeutet das bei Invest Invest, die Probleme sind nicht zu lösen, aber wir schaffen einfach so viel Liquidität, dass sie nicht pleite gehen werden. Daher sehe ich kein Problem eines Ausfalls der Problemkredite und die Party kann weitergehen. Also das ist die Übersetzung von Invest Invest zu dem, was Jerome Powell da politisch korrekt gesagt hat. Umso mehr Probleme, Leute, jetzt im US-Bankensektor kommen, desto bullischer ist dies natürlich für die Edelmetalle und die Inflation ist hier und bleibt und das weiß der Markt. Und aus dem Grund, weil der Markt das weiß, steigt derzeit Gold auch auf Allzeithoch. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Gold auf Allzeithoch steigt, schauen wir uns dann gleich später an. Aber die Fed kann die Inflation aufgrund der Bankenkrise und aufgrund des Wahljahres, weil die Fed auch politisch ist, nicht mehr bekämpfen. Und aus diesem Grund wird die Inflation davonlaufen und die Zinsen sind einfach nur festgefroren. Das ist eine sehr negative Nachricht, wenn die Zinsen festgefroren sind, weil es natürlich für die Regionalbanken weiterhin ein großes Problem ist, weil Liquidität abgezogen und abgezogen und abgezogen wird. Und gerade diese Woche am Montag zum Handelsschluss wurde das Bank Term Funding Program beendet, was jetzt eben den US-Bankensektor eigentlich sicherlich nicht gut tut. Ganz im Gegenteil, es sollte eher Schmerzen wieder verursachen. Zurück aber jetzt zur Inflation, Hannes, und zwar die Inflationserwartungen. Also das, was innerhalb des Marktes passiert, was erwarten Investoren in einem Jahr oder in fünf Jahren, das seht ihr in dieser Grafik. Besonders eben in weiß die einjährigen Inflationserwartungen, Leute. Schaut euch diesen Spike nach oben an. Wir sind 2024, haben wir begonnen Anfang Januar mit zwei Prozent Inflationserwartungen. Und mittlerweile ist die Inflation, die Erwartungen der Händler, innerhalb von sieben Wochen auf fast vier Prozent angestiegen. Also fast verdoppelt. Und auch die fünfjährigen Inflationserwartungen ziehen bereits an. Und es ist kein Zufall, dass ausgerechnet Bitcoin, Gold und natürlich auch Ethereum und Co. schon so stark angestiegen sind, weil der Markt einfach ganz klar weiß, okay, die Inflation kommt zurück. Aber die FED steht nicht mehr auf der Bremse. Und das bedeutet, das ist extrem bullischer Ausblick für die Edelmetalle. Wenn wir uns auch die Realzinsen anschauen, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben in ganz vielen Marktupdates über die Realzinsen gesprochen. Ihr seht es hier. Die Realzinsen in Rot und in Gelb, den Goldpreis. Und wir sehen ganz klar auch die Entwicklung der Realzinsen, dass das Stopp spät 2023, auch die Erwartung von uns, dass wir zurück in den Makrofrühling, zurück in den Makrosommer 2024 kommen, dass eben die Realzinsen wieder fallen. Und das treibt natürlich Technologieaktien. Das treibt Gold. Das treibt Kryptowährungen. Das treibt so gut wie alle Anlagklassen auf der Welt nach oben. Und genau diese Entwicklung sehen wir. Und jetzt haben wir schon Realzinsen damals noch über 2,5 Prozent letzten Herbst. Mittlerweile nur noch bei 1,72 Prozent. Und wir prognostizieren auch ganz klar, dass die noch weiter fallen werden unter die 1-Prozent-Marke dieses Jahr noch. Also Realzinsen kennen nur eine Richtung dieses Jahr. Und es geht nach unten. Und das bedeutet natürlich, dass es extrem bullisch ist, auch für die Edelmetalle. Warum war Gold 2022, 2023 so stabil? Das ist schon eine Frage, die man sich jetzt stellen sollte, weil wir hatten Realzinsen, ihr habt es gesehen, 2,5 Prozent. Warum also ist der Goldpreis so stark stabil geblieben und hebt jetzt ab? Und wenn Gold sprechen könnte, also wenn Gold mit uns kommunizieren könnte, dann würde Gold Folgendes sagen. Die US-Regierung ist wegen der hohen Zinsen in einer Schuldenspirale gefangen, die absolut unlösbar ist. Investoren werden mir bald nachlaufen. Und eine Schuldenspirale, kurz erklärt für euch, eine Schuldenspirale ist genau das Szenario, wo die USA drin ist und nie wieder rauskommen kann, zumindest nicht mehr in diesem System. Weil höhere Inflation führt gleichzeitig zu höheren Zinsen. Das haben wir bei Covid gesehen. Höhere Inflation, Zinsspike. Höhere Zinsen führen zu höheren Schuldenrückzahlungen. Höhere Schuldenrückzahlungen führen zu noch mehr Schulden. Noch mehr Schulden führen zu noch höherer Inflation und noch höhere Inflation führen zu noch höheren Zinsen. Und noch mehr Zinsen, höhere Zinsen, führen zu einer noch höheren Rückzahlung und das zu noch viel mehr Schulden. Das bedeutet, irgendwann beginnt die Währung zu kollabieren und die Währung beginnt zu fallen. Und genau das sehen wir derzeit, dass der Dollar sich aber langsam jetzt wegkippt, also im sogenannten DXY-Index und so langsam aber sicher der Dollar jetzt bis zu den US-Wahlen hinein in einen Bärenmarkt übergehen sollte und wir sehen ganz klar schon die Entwicklung, dass es negativ wird und eben Anlageklassen wie die Aktien, Bitcoin, Kryptowährungen und Gold und Silber signalisieren das bereits im Vorrang schon, dass hier eine große Währungsabwertung kommt. Und noch ganz wichtig bitte für euch, es zählt nur physisches Gold. Das muss auch hier nochmal gesagt werden jetzt. Nur physisches Gold zählt. Warum? Weil Gold ist auf Rekord hoch, obwohl die ETF-Bestände weiterfallen. Was bedeutet das? Die Investen werden von Investoren in den Portfolios, weil es sind westliche Produkte, die primär im Westen gekauft werden, das wird abgeladen, das Zeug. Man sieht, dass die ETF-Lows negativ sind. Das wird nach wie vor abverkauft, 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 um einfach natürlich auch physisches Gold zu bekommen und vielleicht auch andere Anlageklassen. Aber es wird rausgeschichtet von diesen ETFs vom Gold und es wird reingeschichtet in physisches Gold. Das bedeutet bitte Achtung wegen der Lagerung. Ganz, ganz wichtig. Don't trust, verify. Vertraut nicht irgendjemandem, der für euch das Gold lagert, lagert es selber ein. Und Hannes, hier nochmal natürlich ganz kurz von uns jetzt ein Input. Gold jetzt richtig lagern, ein Riesenthema. Die größten Fehler, die da eigentlich gemacht werden, Hannes, sind ja wirklich so die bekannten Übel wie Zollfraerlager, Händler und Co., oder? Ganz richtig. Man muss, glaube ich, eine Sache einfach sagen. Wenn man auf Gold setzt, wenn man auf einen Ausdruck von Gold setzt irgendwo, dann will man das ja ganz physisch bei sich haben. Man setzt sich nicht auf Gold, wenn auch noch das Gewalt in ein ruhiges Fahrwasser reinläuft, wo alle Dinge wunderbar funktionieren, wo die Banken sicher sind, die Regierungen stabil sind und alle Menschen fröhlich ihren Arbeit nachgehen. Nein, man setzt auf Gold, wenn an und für sich Verwerfungen in der Welt da sind. Und dann sollte man natürlich auch seinen dritten Parteien, sei es Banken oder anderen Institutionen, nicht unbedingt mehr das ganze Vertrauen schenken, sondern eher die Dinge bei sich selbst lagern. Und deswegen physische Edelmedaille, vor allem voran natürlich das physische Gold, gehört immer in den privaten Besitz, in die private physische Verwahrung noch irgendwo rein. Ansonsten verliert ja das Asset den Sinn, warum man es anschafft. Und deshalb bitte immer da genau überlegen, wo man das Gold, die Edelmedaille lagert. Natürlich sollte man immer zumindest, kommt auf die Portfolio Größe drauf an, ist auch natürlich keine Anlageempfehlung, aber ein gewisser Teil in seiner physischen, unmittelbaren Umgebung sein. Und dort sollte man sehr, sehr kreativ sein. Da haben wir natürlich schon viele Videos darüber gemacht, wie man Gold eigens verwahren kann. Aber hier bitte nicht unbedingt auf ein Drittparteienrisiko es drauf ankommen lassen. Das macht in Zeiten, wie diesen in meinen Augen sehr, sehr wenig Sinn. Eine Sache noch dazu, und zwar, wo kauft man Gold günstig ein? Und zwar sind wir auch in diesem Modul, was wir gemacht haben, in diesem Goldmarktausblick, ganz detailliert drinnen, wo man Gold am günstigsten einkaufen kann, was man beim Goldkaufen wissen muss. Aber natürlich auch, wie man das Gold lagert und die ganzen Sachen, wenn man Gold auch wieder eben verkaufen und wo man es verkaufen kann und sollte. Die Sachen unbedingt anschauen für alle Goldinvestoren, essentiell und wichtig. Das Wissen wird den großen Unterschied einfach machen. Genau, Hannes, das wird den großen Unterschied machen. Deswegen macht bitte hier keinen Fehler. Und wie gesagt, alles diesbezüglich dazu noch ganz detailliert bei unserem neuen Seminar, was wir hier heute zum ersten Mal launchen. Aber eben bitte, nur bis 23,59 sind die Angebote derzeit gesichert. Danach wird es viel, viel teurer werden. Hannes, schauen wir weiter und zwar zum Goldminensektor. Natürlich große Chancen, Goldausbruch, Goldminensektor brauchen wir nicht reden. Aber wir sehen ganz klar, dass die Goldminen, also den GDX-Index, dass die weitaus den Goldpreis underperformed haben. Seit 2021, seit dem Covid-Hochs, underperformen, Goldminen, den Goldpreis. Und deswegen auch hier, es gibt so viele, die über Goldminen die ganze Zeit sprechen und die ganzen Penny-Stocks raussuchen. Lasst die Finger von diesem Schrott, Leute. Qualität, Qualität, Qualität. Besonders am Ende des Krisenfinales bei der Rohstoffhost, bei Goldhost, braucht man die guten Goldunternehmen, die die Qualität haben. Und genau auf das haben wir natürlich geschaut. Eine davon war Eldorado Gold. Auch hier nochmal, haben wir schon ein paar Mal erwähnt, in einem unserer Gold-Updates, die wir einmal im Monat, immer am ersten Donnerstag machen. Und der Eldorado Gold, ganz klar, bullischer Ausblick für dieses Jahr. Wir machen hier keine Anlageempfehlung, aber wir sagen einfach ganz klar, wir sind long Eldorado Gold. Das ist ein Unternehmen, das definitiv, wo alles einfach passt, was passen sollte, passen muss. Wie wir das Ganze bewerten, alles aber im Seminar drin. Also, noch hier nochmal kurz die Erinnerung. Alle Mitglieder können auch die Mitgliedschaft, wenn es euch gefällt bei uns, ein Jahr verlängern, das dann dazu bekommen. Und wie gesagt, alle diejenigen, die sagen, hey cool, ich möchte wissen, wie es derzeit abgeht im Goldmarkt. Wo liegen die Ziele in Silber? Wo soll ich Gold verkaufen? Das ist genau das Richtige für euch. Gehen wir weiter zu Gold-Markt-Analyse. Ja, ganz, ganz spannend. Hier symbolisch der Gold-Bulle im Hintergrund, weil jetzt ist eines klar, wir sind zurück im Gold-Bull-Markt. Und das ist natürlich auf der anderen Seite schön, wenn man es besitzt. Auf der anderen Seite sehr, sehr gefährlich, weil wir wissen, dass Gold, wenn es spricht, die Welt immer ein bisschen stillsteht, haben wir am Dienstag im Video über das auch gemacht. Das ist die Originalfolie übrigens vom Februar-Update. Und da wurde erwähnt, Achtung, die Prime-Time in Gold sollte bald starten, die Realzinsen werden 2024 stark fallen, die Inflation stärker ansteigen als gedacht. Jedoch wird die Notenbank kein Gegenwind mehr sein, sondern ein Rückenwind. Und genau das ist passiert. Hier auch die Grafik vom letzten Februar-Update. Ihr seht das. Wir haben Crash, absolut kein Crash-Szenario gesehen. war ganz ehrlich für mich persönlich jetzt auch nicht 2024 fast unmöglich, aufgrund der makroökonomischen Lage. Und auch die technische Situation des Marktes hat es nicht wiedergegeben. Und dann ist das passiert jetzt endgültig. Zack, wir haben den Ausbruch bekommen. Es ist soweit. Gold hat jetzt diesen riesen 2100er Widerstand weggehauen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind aktuell in der Phase Richtung 2400 Dollar Gold. Und es gibt eigentlich gar nichts zu tun, außer derzeit diesen Goldpulm zu reiten, so gut es nur geht. Er wird wild sein, er wird volatil sein, er wird immer stärker werden, je weiter die Preise steigen. Aber jetzt beginnt die Primetime. Jetzt beginnt eigentlich die Phase, auf die wir jahrelang auch hingearbeitet haben. Jahrelang haben wir die Leute gesagt, auf diesen Moment gilt es zu warten, weil die größten Gewinne waren in den letzten 10% des Bullenmarktes gemacht. Und 2600 bis 2700 Dollar Gold ist das absolute Minimum dieses Jahr. Und wenn wir auch, tausendmal wiederholt, Gold als Acht-Jahres-Zyklus in etlichen Webinaren gezeigt, Wochen-Updates, Zyklen-Update bei uns in der Mitgliedschaft, darauf gewarnt, wirklich 2023, ohne Ende diese Charts gezeigt. Es ist passiert. Wir haben jetzt das Zeitfenster in Gold verlassen, 2024, raus, Acht-Jahres-Zyklus scharf geschaltet, Horizontale bei 2, 1, da oben seht ihr es meiner Maus, bitte weggeknallt, 1, 2, 3, 4, fünfte Welle, Abschlusswelle, die 5 ist immer die letzte Welle und die größte, Rohstoff-Hossen- oder Gold-Bullenmärkte enden mit einem fulminalen Anstieg, sowie Aktienmärkte in einem fulminanten Ausverkauf enden. Und jetzt können wir eigentlich für die nächsten 1-2 Jahre auch in Gold natürlich große Kursbewegungen erwarten, die sicherlich die Welt aufscheuchen werden. Also Dramatik steht uns voraus. Und Hannes, ich bin mir sicher, wir werden extrem viele Videos zum Thema Gold in der nächsten Zeit noch machen. Ein Special, was wir heute auch noch rausgepackt haben zu dieser großen Gold- und Silber-Premiere für euch heute, ist das Invest-In-Best-Timing-Modell. Und wie gesagt, das zeigen wir nochmal nur in der Invest-In-Best-Mitgliedschaft. Heute eine Ausnahme, wollen wir einfach mit euch teilen, weil es so wichtig ist. Man sieht hier ganz, ganz dicke Basis, die Gold seit der Covid-Rally hier gemacht hat, gebildet hat. Man sagt immer, the bigger the base, the higher in space. Also je größer die Basis, desto mehr geht es in den Himmel hinauf. Und diese Basis ist wirklich fulminant, weil es sind eine dreijährige Bodenbildungsformation in unseren Modellen, die uns ganz klar hier eine invertierte Schulter-Kopf-Schulter-Formation visualisieren. Jetzt, zack, Ausbruch im Anfang März. Und das ist erst der Anfang, Leute. Es ist der Beginning. Es ist nicht, oh, jetzt muss ich Gold wieder verkaufen bei 2150, 2200. Es hat begonnen. Die Spiele haben begonnen. Und auch hier sehen wir, dass eigentlich dramatische Kursbewegungen folgen sollten im Jahr 2024, vielleicht auch 2025. Und wenn wir uns kurz die Positionierung im Goldmarkt anschauen, herrlich. Es gibt überhaupt kein euphorisches Sentiment. Die Positionierung ist total neutral. Wir sind bei weitem nicht in irgendwelchen übergekauften Levels, wo die Leute bullisch sind. Das ist genau das herrliche Sentiment, was man eigentlich sehen will. Das spekulative Kapital ist nicht drinnen. Wenn wir weiterschauen nun zum Silbermarkt, da ist die Lage natürlich auch sehr interessant. Wann Silber hinkt immer etwas hinterher, den Goldpreis. Wenn Gold ausbricht, und das ist jetzt passiert, wir sind voll grün bullisch, dann wird auch der Silberpreis nachziehen. Die Frage ist nur, wann er nachziehen wird, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass er nachziehen wird. Und wir erwarten hier die Marke übrigens, wann Silber ausbricht. Also die genaue Marke wie bei Gold hier mit diesem Momentum-Modell, das bleibt bitte unseren Mitgliedern überlassen. Das haben wir auch diese Woche im Alert-Update ganz klar gezeigt. Diese Marke bleibt den Mitgliedern überlassen. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, ihr könnt heute Mitglied werden, dann wisst ihr es, wann der Silber-Bullmarkt ausbricht, weil Silber noch eine viel größere Chance als Gold bietet, weil Silber in der Regel doppelt so schnell ansteigt wie Gold, wenn es mal losgeht. So, wir erwarten wie gesagt in Silber aber mindestens 32 bis 35 Dollar in diesem Jahr noch, können wir jetzt auch sagen. Und das Spannende bei Silber ist, umso mehr, was wir euch heute mitgeben wollen, Silber war, 2024 waren die spekulativen Anleger short auf Silber. Es hat mehr Short-Positionen im Silbermarkt gegeben als Long-Positionen. Und das ist schon ein Sentiment, Hannes, das eigentlich so nicht besser sein könnte. Und deswegen sieht es für die Edelmedaille 2024 spätestens ab jetzt so richtig interessant und spannend wieder aus. Ja, Benjamin, eine Sache muss man dazu ganz klar einfach sagen, du hast es erwähnt, und zwar wir stehen jetzt am Anfang des Ausbruchs in allen Bereichen, sei es bei Gold, bei Silber ist noch ein bisschen hin, aber da stehen wir am Anfang des Ausbruchs. Das heißt, diese großen, diese fulminanten Gewinner, am Ende, 90 Prozent werden am Ende gemacht, dieses Bullenmarkt, die können alle noch gemeinsam machen, wenn wir uns entschlossen entscheiden, ins Tun zu kommen. Wie gesagt, eine Möglichkeit dazu, wenn man sich wie es einander eignen will, bieten wir euch gerne, und zwar unser Gold-Ausbruchs-Gold-Aufbruchs-Seminar, wo wir als Prepare for 24, also für alle, was Prepare for 24 bereits haben, ist das nichts Neues, das braucht man dann nicht kaufen, aber für alle, die sagen, okay, ich möchte für diesen Gold-Bullenmarkt definitiv profitieren, ich möchte auch wissen, was es geht. Das Wichtigste zusammengefasst, ich möchte die besten Goldhändler, wo ich es einkaufen kann, ich möchte die Ausstiegsziele haben, ich möchte für den Silbermarkt die besten Aktientitel haben, all das in diesem Modul drinnen, und natürlich auch verbunden mit den großen geopolitischen Verwerfungen, die dann einhergehen werden, 390 Euro für das gesamte Modul, aber natürlich auch, wenn man sagt, ich möchte die ganze Mitgliedschaft dazu haben, kann man als Mitglied verlängern, um 490 Euro alles mit dabei, oder natürlich auch als Neukunde das Ganze abschließen. Benjamin, aber eine Sache, eine Antwort sind wir noch den Zusehen jetzt schuldig, und zwar, wann steigen wir aus bei Gold? Wann ist das Gold vorbei? Wann müssen wir wieder raus aus dem Ganzen? Wann steigen wir aus Gold aus? Also, erstmal natürlich die positive Nachricht, es gibt derzeit nichts zu tun, außer, dass man natürlich weiter akkumulieren kann, und eigentlich der Bullenmarkt jetzt frisch wieder begonnen hat. Das heißt, wir werden eine große, große Gold Rallye jetzt sehen, das erwarten wir auch, aber natürlich, wann sollte man aus Gold aussteigen? Weil der Moment wird kommen, Punkt aus Ende, und Gold natürlich, Hannes, muss man irgendwann verkaufen. Das wird kein Goldhändler euch erzählen, dass man es verkaufen soll, weil es soll man seinen Kindern weiterfärben und sonst was. Ja, teilweise. Aber wenn jemand 30, 40 Prozent Gold seines Portfolios hat, dann macht es keinen Sinn, die alle durchzuhalten. Das bedeutet, man sollte dranschenweise aussteigen. Man sollte dranschenweise einen Teil bei vielleicht 3.000, 4.000 Dollar verkaufen, den Rest bei 5.000, 6.000 und dann mit dem letzten Drittel vielleicht sogar noch etwas gambeln, dass man vielleicht noch 8.000, 9.000, 10.000 Dollar Gold in dieser Generationen Rohstoffpreishosse seht. Wie aber Gold, wie wir das Ganze machen, wie gesagt, findet ihr im Seminar, da ist wirklich ganz detailliert ausgearbeitet, mit Momentum-Charts, mit allem drum und dran, wo wir die Goldpreise sehen. Bei Silber wird es genauso sein. Silber wird natürlich nicht verkauft, bevor es nicht mindestens die Allzeithochst von 50 Dollar von 2011 rausgenommen hat. Hannes der Weyer, die Wette, Kappe weg mit Bitcoin, Kappe weg mit Silber. Sieht alles danach aus, dass Bitcoin definitiv deine Kappe vorher wegnehmen wird. Aber weg von Bitcoin, Hannes. Benjamin, ich persönlich wünsche mir auch, dass Bitcoin meine Kappe wegschießt. Zu viel Kritik habe ich dafür bekommen, deswegen würde ich mir das sehr, sehr wünschen. Natürlich auch, wenn ich mich wahnsinnig freue und natürlich auch als Goldinvestor sehr, sehr viel Prozent im Portfolio, im Goldbereich drinnen habe. Aber natürlich meine Vorliebe gilt dann schon ganz klar bittkant. Eine Sache sollte man wissen, und die sagen wir immer wieder, das ist auch unser Mindset-Teil bei allen Kursen immer mit dabei. Und zwar, man sollte lernen, dass man immer Investments weiter veredelt. Also beispielsweise, man bekommt Fiat-Geld für seine Arbeit oder für seine Geschäfte, was man macht. Und dann investiert man beispielsweise in Silberminen. Und dann steigt man irgendwann in Silberminen aus und kauft sich damit physisches Edelmetall. Und dann wiederum sollte man eben immer sich die Frage stellen, wie kann ich dann dieses physische Edelmetall, vor allem Gold, weiter veredeln. Ganz, ganz schwierig. Deswegen werde ich persönlich natürlich einen Teil dieses Edelmetalles auch natürlich gerne weiter vererben. Aber man sollte immer überlegen, diesen Teil, was man dann eben abstoßt an dem physischen Edelmetall, wie kann ich dann dieses Investment weiter veredeln. Denn eine Sache, die Sache sollte man uns alle durch den Kopf gehen lassen. Und zwar, die nächsten Jahre, nächsten zwei, drei Jahre, können wir alle unsagbare Gewinne einfahren. Sei es am Aktienmarkt, sei es bei Edelmetallen, sei es im Kryptobereich. Alle können wir jetzt die Sterne neu ordnen. Nur dann kommt es darauf an, das werden viele auch schaffen, nur dann kommt es darauf an, dass wir eben weiter auf diesem Weg der Veredelung bleiben und dann am Ende des Tages nicht wieder alles verlieren. Das sollte man immer mitnehmen und immer auch ein Stück weit mitwirken lassen. Und in dem Sinne, Benjamin, vielen Dank für die grandiose Prognose des letzten Jahres, für heuer, was sich jetzt abgezeichnet hat, aber natürlich auch für die Prognosen jetzt in Zukunft. Jeder, was das genau verstehen möchte und wissen möchte, wie er jetzt investieren sollte, um eben diese Sterne neu zu ordnen, um eben für diesen Goldbullenmarkt perfekt zu profitieren. Und dann bei das Goldmodul Goldausbruch, Goldaufbruch 2024 mit den Marktanalysen und dem geopolitischen Ansatz. Damit ist man für 2024 und den Goldbullenmarkt perfekt vorbereitet. Ja, und wir erwarten, viele dieser Goldminen, die wir dort erwähnt haben, dass sich die verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen im Jahre 2024. Also die Rallye sollte erst beginnen und natürlich damit die Chancen. Und man sollte eigentlich am Anfang mit dabei sein, nicht später am Ende. In dem Sinne, vielen, vielen Dank für alles. Danke, dass ihr mit dabei wart bei dieser heutigen coolen Premiere. Teilt diese Premiere mit allen euren Freunden. Gebt dieser Premiere einen Daumen nach oben für Gold und kommentiert ganz viel rein, wo ihr Gold seht und wann ihr euer Gold verkauft. In dem Sinne, vielen Dank und dann sehen wir uns in der Mitgliedschaft oder am Dienstag beim nächsten Video. Nicht vergessen, nur bis heute, 24 Uhr, gilt die Aktion. Deswegen unbedingt rasch dabei sein und dann bis nächsten Dienstag zu unserem neuen Video. Und vergesst schon ja nicht, dass die Zyklen besonders im Gold im Jahr 2024 ganz bestimmt nicht schlafen werden. Und Hannes? Ob mit Gold oder Bitcoin, ich kann es mir nicht verkneifen. Wir nutzen die Chancen in dieser epochalen Zeit. Tschüss. 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 Tschüss.